Du, Eddie, es gibt Zuschauer, die bewerten das Video nicht. Hä? Das ist nicht dein Ernst? Hä? Was soll das? Aufs Maul! Das kann doch nicht so schwer sein. Daumen hoch oder Daumen runter. Hä? Also, ihr Pflaumen, hoch den Daumen oder runter. Und wenn nicht, dann... Dann klatscht es. Alle drin? Ja. Ja, Papa, kannst los. Yay, ab in den Vogelpark Malu. Sind wir bald da? Nein. Wir müssen mal Pipi. Oh, Energiethex, Schatz, sag den Kindern, ich muss mal ruhig sein. Ich muss mal Pipi machen. Genau. Lass es laufen. Setz dich fest. Egal, ist dein Auto. Da ist ein McDonalds. Nein, die haben schon geschlossen. Ist langweilig. Guck mal, die Tante rechts am Straßenrand, die hat fast nichts an. Ja, es ist auch Sommer. Ich muss gar nicht mehr, Pipi. Gut, dann lass trocknen. So, bereitet euch vor, ich lande jetzt. Einer geht runter, es ist noch einer da. Oh ja, doch, da schießen wirklich welche. Da hacken an den Treffen. Da sind welche. Da, 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 da. Runter, alle, runter, 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 raus, raus, raus. Das sind zwei Mann. Oh, ja. Nein, das sind drei. Das sind drei. Hat Hits? Ja. Links beim Kran ist er. Hat Doppel, oh. Headshot und Doppelhit. Doppel, oh. Das sind drei. Bis zum nächsten Mal. 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 Moinsen und willkommen zurück bei Staffel 27 mit der Folge 33. Immer noch dabei sind Ragnar, Melano, Elm, Newcomber, Ork und Energetics. Hallo. Ich stehe gleich die Wange lang hier. Mahlzeit. Moin. Ich wollte fliegen. Äh. Ich meine, egal. Wir können auch versuchen, da zu landen und die Summe platz zu machen. Sonst sparen wir uns die ganzen Scheißrunden mit Steghocharbeiten. Blablabla. Können wir machen, ja. Wenn ihr es drauf habt. Mal nur treffen. Hat Noeim überhaupt eine Waffe? Ja. Ah, okay. Na ja, gut. Dann lassen wir mal. Was, wie? Fliegt keiner? Oh Mann, ey. Fliegt der nicht? Komm, ich mach, ich mach, ich mach. Kannst du das? Ja, ja, krieg ich hin. Hast du Öl drin? Äh, nein. Wer hat das überhaupt? Oh Mann. Ich hab' solche Karten. Pudi, das musst du doch schon gewohnt sein, ne? Okay, alle nochmal rein. Aufnahme starten. Hallo und herzlich willkommen bei Staffel 27, bei Folge 30. Und da hinten kommt gerade der letzte. Die Lahmarschgranate. Oder? Wir haben nur 200 und, reicht das? Ja. Oh, na ja, wohl. Warte mal. Das ist ganz schön weit weg. Ja, lass uns ein Boot suchen und dann fahren wir hin. Obwohl, das müsste gerade so klappen. Willst du es sonst gehen, dass wir dann vorher ins Wasser fallen? Kannst du gut und schnell fliegen, Männer? Äh, nee. Ich kann das Ding ja nur still in der Luft halten, sodass ihr das schön schießen könnt. Aber schnell fliegen ist so ne Sache. Wenn nicht, flieg du. Hm. Du kannst nix in der Luft halten, bei 200 Sprit. Da müssen wir gleich. Ja, ja, das ist das Problem. Alle drinnen? Ja. 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 Haben wir kein Fett mehr gehabt? Gar nichts? Ich hab alles, was du mir gegeben hast, zu Lograget gemacht. Vielleicht sehen wir ein paar Tiere am Strand. Ja, da fahr ich ja, flieg am Strand lang. Vielleicht sehen wir ein paar Bären, ja. Ja. Dann kriegen wir schnell Lograget, dann haben wir kein Problem mehr. Vielleicht hier unten schon, wo der letzte der Bär war. Ich hör glaube ich den MPC. Ja. Ja. Ich geh mal ein bisschen weiter nach links, falls er jetzt auch zu Frankreich will. Oh, Bären. Bären. Hm. Das sieht nicht so aus, oder? Einfach kummeln die sich hier in der Wüste. Aber ich seh halt auch nix. Da ist ein Pferd. Drei Pferde rechts. Ja, Pferde, Alter, kriegst du nicht raus. Kriegt der Heli, wenn der keinen Sprit mehr hat, geht der steil nach unten, oder schwebt der nach unten so? Wie steil. Steil. Du kommst doch hinten nicht mehr raus. Unfähig hast du. Der fliegt doch in Lundfalt vorne bis zum Strand, und dann nehmen wir Restlograget in dem Pfamm im Boot. Hm. Verlangweilig. Pferde unten rechts, oder? Nee, das Pferd. Höhen führt. Zwei Pferde. Drei. Alter. Pferde haben wir genug. Pferde ohne Ende. Schwein ist da rechts, oder? Nee, auch nicht. Das sind zwei Pferde. Ein Schwein, ja, hier auf dem Berg. Wenn ich jetzt mal so gucke, wir haben jetzt noch nicht wirklich was verbraucht. Das Ding hat sich kaum bewegt. Hier ist noch ein Schwein. Hier ist noch ein Schwein. Und da gehen die Kurze, oder was? Wir sind zwei, also insgesamt zwei Schweine, ja. Ich hab noch ein Messer dabei, falls wir's brauchen. Hab ich auch. Und André hat Bogen bei. Hier mal die andere Seite gucken, ob ich da was finde. Hallo Schwein. Hallo Raktor. Na. Warte, wie viel? Hatten wir hier reingemacht, wie viel Lowgrade? 200 und. 220, 30, 40? Irgendwie sowas, ja. Warte, du. Weicht nicht mehr aus dem Kopf. Das reicht dicke, wir haben bis jetzt keine 100 gebraucht. Wo sind wir? Wir sind jetzt eigentlich schon einmal die... Naja, ja, das hätte geklappt. Mit euren Schweinebluten. Hier ist noch ein Schwein, hier ist noch eins. Sicher ist sicher, oder? Ja, dann reicht es auch definitiv dicke, denn. Ich hab nur keinen Bogen. Das sieht aus, Alter. Wenn du einen Rudel willst, ihr habt Schweine, ey. Hat Spaß dabei. Hat Spaß dabei, ja. Alter, loscht das. Das sieht aus, man hier hinten, ey. Ach, einer geht nix. Guck sie dir an, unsere Kinder. Sie werden so schnell groß. Warum? Wir hatten da den Hesmet an. Wer ist denn das? Ich. Da würde ich lieber ruhig sein, weil die mit Hesmet sind die Männchen. Und ich hab ein Männchen, äh... Hesmet an. Die sind noch ein Schwein. Dann sind alles Weibchen. Und einer geht nix, die mit den Wolfsköpfen... Das ist kein Schwein, das ist auch Oli. Das ist mein Sohn. er braucht nachgeboten hier längst war noch ein schwang als reich leute das jetzt schon 225 sind jetzt drin 29 23 alle drin neil hat einmal kommt noch spritt er muss wieder aus so die dann kann ich rein tun 237 ja 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 papa hat los ab in die vogel park malo sind wir bald da nein ich muss mal pipi ich muss mal pipi machen ich bin euch genau lass laufen egal ist dein auto da ist der mcdonald's nein die haben schon geschlossen ist langweilig guck mal die tante rechts am straßenland die hat fast nichts an ja es ist auch sommer ich muss gar nicht mehr pipi gut denn das trocken ich bin ja mal gespannt ob sich das gut werden wir sehen wenn ich wird es eine lustige folge kannst du auf die kommentare freuen er hat es wird man an erwarten wir gucken Nee, da wartet Hellschuh. Mit Kokolafie. Und Trousy. Mit Knochenmesser. Und machen uns flatt. Ey, die machen uns auf dem Stein kaputt. Heddedweiss. Dadadadad. Ist das nicht ein Heli? Nee, ist ein Schmutzwecker. Ist ein Schmutzwecker auf dem Monitor. Ok, gut. Du fängst übrigens immer an mit dem Singen, ne? Naja, ist normal. Das ist so die Macke, die ich bekommen habe. Außerdem, halt die Klappe. Entschuldigung, Papa. Ist immer, wenn er nervös wird, dann singt er. Kein Pulling zum Nachtisch mit dich, mein Freund. Wenn du so weitermachst, auch keine Mutter wie ich mehr von Energetik. Das reicht. Oh mein, oh mein. Ist alt genug mittlerweile. Die ist mir eh zu dickflüssig. Ich rede aber von oben rum, du Schwein, du Dreck. Ach so. So, wie soll ich anfliegen? Am besten so, dass ich nicht direkt... Warte mal, es sind zwei... Die schießen hier, die haben aber nicht auf uns geschossen. Also... Ich hab nichts gehört. Ich auch nicht. Doch. Doch, bereitet euch vor, ich lande jetzt. Einer geht runter, es ist noch einer da. Oh ja, doch, da schießen wirklich welche. Wir hacken an das Treffen. Da sind welche. Haken an das Treffen. Haken an das Treffen, ja. Runter, 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 raus, raus, raus. Ah, ich bin dead. Nein! Ah! Okay, ähm, ich komm wieder. Ja. Ich bin der Einzelte. Nimm der Einzelte? Ja. Dann natürlich der Einzelte. Äh, ja. War ja klar, Alter. Mach dir noch ein paar Spritzen auf dem Hinweg. Was? Spritzen? Bei mir ist alles voll mit Spritzen, wenn er hier braucht. Ja, voll nicht, aber... Oh Gott, hier ist ja gar nichts. Für kein Lowgrade gar nichts. Ich höre ein Boot. Die hauen ab. Ja, AK ist ja auch hier irgendwo. Das kann sein. Die sind drangefahren. Die sind drangefahren? Ja, ist nicht mehr weggefahren, das Boot. Das kann ich auch mal anlegen. Da kommt gerne einer hoch. Oh, du bin grüßt. Er ist weg. Hallo, Gewalt. Fuck. Kommt wieder einer hoch? Jo. Kommt noch einer? Jo. Ne, halt essen, essen, essen. Oh. Er sieht mich nicht, aber er trifft mich, ne? Nicht so geil. Tja, jetzt ist nur die Frage, wo sind die AK-Typen? Oh, jetzt habe ich kein Messer mit dem Omic-Raster aus. Die unteren Decks sind clear. Da sehe ich auch schon keine blauen mehr. Wieso kriege ich nichts von dem? Weißt du noch was? Achso, gut, Struch. Bleib ein bisschen zusammen, ne? Wegen diesen AK. Ja, wir sind alle hier oben auf dem Deck. Glaube ich. Weil das definitiv irgendwo. Ja, da müssen sie ja heraufkommen, wenn sie das kriegen wollen. Brauchen ja nur den Eingang hier abzuhalten. Halt. Mussten die blöden Teintisten jetzt auf mich schießen, Alter? Du hast dich genau umgedreht zu denen. Ah, hab für euch einen Kuhlfänger gespielt. Hat funktioniert. Ich lebe nach Köpfe. Oli, du hast dich geopfert. So kümmert sich um seine Kinder. Die Mutter ist ja weggerannt. Ist auch eine Frau. Damit zu tun. Sexist. Das gibt wieder böse Kommentare. Das hat aber nichts mit Sexist zu tun, wenn die Frau abholt. Ist doch normal, dass sie die Deck umgeht. Dafür ist ja der Vater da. Gut gerettet. Gut gerettet. Versuch mal so hinzusehen. So. Ich hoffe halt, dass ich jetzt schnell was finde. Ich bin zum Schlachten. Ja, wir müssen sowieso hier Bote warten. Ja, genau. Am besten wartet da oben. Ich fahr unten rein. Mach alle alle 100 Tote kommen hoch. Ich meine, notfalls können wir ja von unten auch von oben nach unten uns arbeiten. Ja, können wir aber. Aber ich dachte, wir warten wegen Anmeldung an, damit wir wissen, dass Uli auch hier ist. Okay. Genau. Genau. Ach, was ein Pech. Ich mach erstmal ein Cut. Und wo hast du gesagt, ist keins da, ne? Ich hab keins gesehen. Ich hab echt abgehauen, oder? Ich hab alles gehört, mein Bildschirm wurde ganz schnell rot. Okay. Der grüne Raum ist aber nicht gelootet, nur der blaue. Ja. Der Punkt ist halt meistens für die. Also auch, jetzt kurz vor der Ulrich versackt mit dem Boot, weil ich ihn sprit mir halt dann. Dann holen wir dich dann. Weil du hast da ein kleines bestimmt, oder? Mhm. Die halten ja ewig und drei Tage. Da ist so eine halbe Insel mit rum. Ach ja, weil ich deswegen nur 10 Lowei drin habe. Du hast schon was von 40 erzählt worden. Ja, über 16. Gut aufgepasst, wenigstens einer immer zuhört hier. Boot kommt. Schießen, schießen, schießen. Was ist zickzack? Feuer frei. Also, noch weg nicht geschossen. Wieder von NPC und auch von Spieler. Schade. Hat deine Frau letztes Ursache, wo ich sagte, ich kann nicht mehr heute? Mhm. Tadap, tadap, tadap. Wer ist auch hier? Blau war leer, ne? Blau war leer. Blau war leer. Blau war leer. Ja. Grün war noch zu. Mach gucken. Habt ihr noch irgendwas gehört? Irgendwie ein Piep-Piep oder so? Ja, nix mehr. Nix mehr. Nix mehr. Nix mehr. Nix mehr. Nix mehr. Und dann eben sind auch klar. Ich hab auch die roten Fässer kaputt gemacht. Oh, alter. Nix mehr. Und dann geh ich in den roten Raum. Gut. Da bin ich wieder. Guck. Ja. Na. Hallo. Yay. Paketenwerfer. Steintor. Schleinsperr. Oh, scheiße. Schrott. 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 Verkehrsschild. Steinsperr, Alter. Ist das denn ernst? Ja. Echt jetzt ohne Schild? Steinsperr. Ja, hier. Ohne deine Waffe. Warte mal. Ja, Waffe. Bitte. Wo ist denn da gekommen? Oder gegangen? Ohne deine Waffe. Ja, Waffe. Deutsch. Deutsch ist begangen. So, seid ihr alle bereit? Wollt ihr das auch mit oben rauf springen? Ja, auch, ja. Oh, Waffe. Rock. Ey. Wir wollten jetzt nur verteilen. Alle da oben ist blöd, oder? Ne, einer macht... Vier Körner oben drauf, einer am Kran. Immer stehen an, Herr Falko. Stell ich mir hin. Genau. Ich würde links auf den Kran gehen. Dann gehe ich oben drauf. Der duckt sich automatisch. Achso. Ohne, ich bin jetzt rum. Ey, guck mal einfach nach vorne. Steher auf den. Oli will swim. Nicht runter. Äh, ich lauf random rum. Um ein bisschen mehr Action zu machen. Ja. Wenn doch. Wirst du Kaffee-Dosenhelm haben, Oli? Äh, nee. Ich hab ja... Bringt mir ja nix. Ich hab bloß den Kaffee-Dosenhelm an. Ist jemand da noch drauf? Dann muss Oli machen, der. Nein. Äh, Oli muss mal... Ja. Da muss mal gepusht werden. Noch so... So ein Sprung-Krüppel, alter. Nicht nach unten, guck. Okay, guck ich hoch. Nee, ganz normal. Geradeaus, glaube ich. Okay, ganz normal. Geradeaus. Dann geht's auch. Ja, ja. Oli. Ja, ja, ja. Seid ihr bereit? Ja, Mann. Nö. Kommen die in den Raum rein, ja, ne? Ja, die... Normalerweise schon. Die kommen in alle Räume rein, wenn du bist. Ah, ich geh dann hier Richtung Treppe. Pass auf, die kommen von der Seite nicht. Das soll ich schon beschießen. Oh, Moment schon. Was schon. Alter. Ah, uh, uh. Oh, ah. Ah. Alter. Doppel-Hackshot und vier Buddies und ihr auf Kippen die um, oder was? Der Doppel-Hackespère. Der 먹st du mit dem in den Raum? Hões, äh! ahl, da, duucke. Das war's. Das war's. Ich glaube noch einer ist down. Ja, ist er. Ich glaube warum? Hey, ich höre ein Heli, ich höre ein Heli. Komm, geradezu. Aber das ist, äh... Schienauf, Schienauf. Könnte sein, dass der auf uns schießt. Müssen wir auch passen. Ah, mir tut ja nicht weh. Da kommt, glaube ich, noch einer. Ich höre irgendwas. Das ist alles. Ich bin das. Das war's. Das war's? Ja. Ich hab auch noch vier Schuss. Pistole. Noch ein Steintor, alter. Können wir uns noch mit Steintore einrollen, ihr werdet? Hier wird nichts besonderes. Oh, die A-Revolver. Nice. Expo-Moni haben wir. Granatwerfer. Waffe-Expo-Moni. Granatwerfer ist gut. Granatwerfer ist nice. Aber keiner hat Waffenlicht dabei von der Region, ne? Flammwerfer. Geil. Low-Way draus nehmen hier. Expo-Moni. Naja. Hat jemand noch ein bisschen Muni am Start? Ich hab's noch. 22. 35. Ah, nur. Ah, dann kommt der andere. Wo bist du, Melle? Hier. Jetzt müssen wir's haben. Immer 10 von mir. Christoph Valkowat. Was reicht doch schon. Ist nur einfach nur, um mich. Bis ich schießen kann. Falls gecoutert werden noch. 556-Munition hab ich genug. Von was hast du Munition? 556 hab ich genug gefunden. Aber keine Waffe dafür. Äh. Geht mir eh nicht. Aber warte, wenn du dabei hier. Ich hab volles Stack. Ich kann... Achso. Ah, verstehe. Brandmunition und HV 556 kann ich stacken. Hab ich nicht. Warte mal, ich hab hier doch doppelte Muni. Wer braucht noch? Ähm, Melle 4. Komm mal. Aber noch. 44 hat ein 39. Hab mal ganz siegen. Ja, ich hab noch. Gut. Wie lange ist das jetzt noch? Bestimmt das 10 Minuten, ne? 59. Ah, dann mach ich wieder einen Cut das mal. Boot auf 140? Ja. Okay. Gut. Komm hoch. Ja, ich hab nicht mehr viel Muni. Sind sie schon oben, oder? Ne, gerade angeleg. Oh Mann. Alle Aufgänge beschützen, ne? Ein bisschen Muni übrig. Ich hab nur noch ein Magazin. Wo bist du ein bisschen? Ich hab immer 11 Schuss. Warte, ich mach dir hier die leer. Dann teile ich auch mehr hab ich nicht. Ja, ja, ist okay. Die kommen, glaub ich. Die kommen, glaub ich. Und wo? Den Aufgang, wo ich höre. Ne, das ist neu. Also auf Vorderseite will ich keinen auch kommen. Die sind hier hin? Hinterseite. Hinterseite. Ja, wo der Heli steht, oder was? Oh, bin down. Oh. Von welcher Richtung? Ja, kann ich ja schlecht sagen. Oh, ich hing fest hier. Oh, shit, hey. Megalick, genau wie ich schießen wollte. Sind die schon oben? Noch nicht, aber ich höre sie. Dritte Etage sind sie. Ich hab mal den zentralen Aufgang im Blick. Ich bin da an der hinteren Treppe. Also die waren zweiten Kran, aber ich hab noch einen 11 Schuss. Die haben jetzt gelootet. Und die sind sie auf 80 jetzt. Auf 80? Ich stehe, ich hab die Treppe hier. Ja, da pass auf, wenn die hier hochkommen. Hat wer gegessen von euch? Nein. Nein. Die kommen hintere Etage hoch. Eine hintere Treppe auf 40 ungefähr. Wo die Flamme ist, meinst du? Ja. Okay. Dann laufen sie gerade. Dann haben die nicht gemerkt, dass wir hier sind, oder? Doch, doch. Oder auch nicht. Jetzt würden die nicht laufen. Ja, die wissen ja nicht, wie viele hier oben sind. Ich springe übelst hier rum. Ja. Ja, ich auch. Die sind bei dir. Unten. Sind zwei, Mann. Oh, ja. Nein, sind drei. Sind drei. Hat Hits? Ja. Links, am Link am Kran ist er. Oh, Headshot und Double Hit. Kommt noch ein Boot. Kommt noch ein Boot. Oh, Tod. Unten. Die sind genau bei den Treppen unten. Auf meiner Seite hat ein Boot angelegt. Na, einer ist tot, einer ist hinten hoch. Einer ist auf 250. Ruhigkommen. Zwei sind jetzt da hochgekommen bei der Flamme. Ah, ich bin down. Einer down von denen? Wer ist noch am Leben von euch? Newcomber. Wo priest. Uff. Wer ist noch am今回? wer ist noch mit mir ja ecke du willst du nicht rum wenn du ein stück ist zwischen uns noch jemand die die noch mit dem boot gekommen sind wie viel sind gestorben von dem ersten schwung gekommen ist hat eingetötet ich glaube die du hast auch ein getötet ja ich habe eigentlich dann vorne also heißt einer soll übrig plus die ok dann lasst die dort jetzt mal feiten und die andere machen sich schon mal fertig weg wobei kommen wieder mit was keine ahnung mit irgendwas bögen crossies ist es auch eingesehen auf dem kran ist haben wir haben wir magna dann stellen wir die auf hubschrauber kommt wo ist die refinerie hier links in der mittleren reihe ich bin verblutet fuck auf der plattform ist ja auf der plattform war einer ich habe keine munnen mehr einen verwundert von denen einer ist bei mir unter dem unter der lande plattform keine munnen mehr so eine scheiße in dem roten raum ich habe munition auch gefunden 15 schuss habe ich wieder ok wenn du einfach versuchst was rauszuschnappen da und abhaust und da springst kann ich versuchen die sind aber vorm raum dann versuchst du so zu töten wenn sie rinkommen granate kommt wissen nicht wo du bist schade drei leute naja dann wird das zweite boot auch noch zu denen gehört haben ja kann ich gut von ausgehen naja schade 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 egal war trotzdem schön der war wahrscheinlich einer hat echt panik geschoben oder sitzt ja vielleicht noch hier hat schon mal eine klo gecheckt gecheckt hat hier keiner großartig falco ist ein bisschen rumgelaufen ja aber ich bin nirgendwo rein oder so sondern nur außenrum aber da war niemand mehr besetzt ha 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 Bis zum nächsten Mal.